Und noch den da. Und wieder ein Minipack nehmen. Jetzt zwar gerade eins reingesappelt, aber mir kam es sowas davon. So, jetzt kommen diese vier Frickeln und die sollte ich jetzt auch schnell schaffen. Putscha! Ja, bestimmt nicht. Ja, jetzt sind wir hier bei der Brücke. Die Brücke hat die Brücke gesprengt. So, ganz wenig. Und hier rüber. Ja, ich habe jetzt extra nochmal gedrückt, aber ich hatte volle Energie, sonst hätte ich sie eins gemacht. So, und da sind die vier, die mich eben fast zu Weißgut gebracht haben. Die muss ich jetzt alle schaffen und gleichzeitig auf die verendete Landschaft hier aufpassen. Die sich... Warum machen die das immer? Ja, das war jetzt ein... Okay, jetzt habe ich wieder welche weniger. Jetzt kommst du noch dran. Wieder einer weniger. Und Minipack schon wieder genommen. Und dann... Aufpassen, wo du hinfährst. Okay. Ich nehme jetzt erstmal Minipack. Ich habe jetzt keine Minipacks mehr, das heißt, ich muss jetzt bald wieder durch den Minipack durchfahren. Sonst wird das eng. Noch davon ist eins. Ist das nicht genommen, weil ich... Okay, jetzt muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Wir fahren aber am besten hier lang. Aber ich bin schon mal weiter und ich bin auf jeden Fall schneller, weil ich nur überlegt, wie wir eben waren. Warten wir noch, bis die Kisten weg sind. Boah. Und jetzt müssen wir die dann auch töten. Okay. Jetzt müssen wir da rauf und in die Zwischensequenz brechen wir. Die Zwischensequenz war mir auch nicht so wichtig. Und jetzt geht's los. Und wir haben auch keine Zeit mehr. Jaja, ich bin da schon dabei. So. Ja, da gehen wir gleich mal hier lang. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die einzelnen Schicksale mal nicht Rücksicht nehmen. Können wir auch gar nicht. Ist halt so, ne? Die einzelnen Schicksale müssen uns einfach mal egal sein. So. Ei. Mein Gott. Lara, hier drüben. Kind? Was ist denn hier? Es hat Oskar getwittet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Alles klar. Was? Was denn? Oh. Okay. Ich hab' ich hab' jetzt keinen Bock am Seil wieder rumzuhängen. Du sollst das Seil greifen. Das ist doch immer wieder dasselbe. Sie greift einfach nicht das bekloppte Seil. Ich springe auf das Seil zu und sie greift es nicht. Oh, das gibt's nicht. Nimm das verdammte Seil. Und zwar beim ersten Mal. Oh. Nimm das verdammte Seil, Mädel. Oh, das gibt's nicht, Leute. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wertvolle Sekunden beim einfachen Seil verplemper. Das ist das, was mich aufregt. Nein! Ach, was ist das? Ich trappel hier schon auf dem Fußboden rum. Ich hab' nicht so viel Zeit. Jetzt nimm das verdammte Seil. Du springst genau darauf zu. Ach, geht doch. Ich bin ja gleich so weit. Ich kann doch nichts dafür, dass diese blöde Kuh von Lara das Seil nicht mehr wollte. Okay, das war die Sequenz, die ich nicht beenden konnte. Ja. Das war die Sequenz, die natürlich nicht beendbar war. Jetzt muss ich selber gleich laufen. Das ist halt schade. Ja, los. Nichts, dass mir gerade sowas von egal, wo ich gelandet bin. Okay, ähm, Orientierung. Ähm, ja, Orientierung ist scheiße. Da muss ich lang. Mensch, Mensch, Mädel. Ich hab nur noch zwölf Minuten und ich muss noch so viel machen. Ihr wisst ja selber, was ich noch alles zu erledigen hab. So, so. Das ist mal wieder. Oh, ja. Nein, wieso ist das denn? Also, wieso ist die dämliche Kugel weitergerollt? Ich hab keine Zeit, die ich immer wieder. Mensch. Das kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen jetzt. Dass die dämliche Kugel weiterrollt. Ja, ich schwinge schon mal weiter. Und hoffe, dass das diesmal hat, dass es funktioniert. Das hat mich wieder wertvolle Zeit gekostet, dass ich nicht darauf gewartet hab, was noch passiert in der, ähm, Sek... Nein! Du solltest da... ... ausspringen. Ach, das ist mal wieder ätzend. Es ist schon das zweite Mal, dass sowas passiert. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie... Okay, Zwischensequenz haben wir beendet. Und Zwischensequenz beendet. Und wie kommst du da rein? Wie wohl? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Jetzt muss ich auch noch dieses Tauchen hinkriegen. Und ihr wisst selber, wie anstrengend das auch noch für mich ist. Ich hab's euch so oft genug gejagt. Ach, weil ich muss ja... Da lang! Mensch, Mädel! So, da muss ich jetzt Luft holen. Sonst funkt's das alles gar nicht. So, ich hab nur noch... Jetzt tauch unter! Ich drück doch F. Genau, ich hasse dieses F drücken. Ähm... Oh, jetzt, 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 jetzt tauch, du Mädel von Klugheit! Und da lang... Das kriegen wir Gott sei Dank mittlerweile schnell hin. Weil ich muss einfach nur auf einer Ebene, Gott sei Dank, bleiben und nicht weitermachen. So. Und die Zeit gerinnt und ich muss hier noch fort. Und ich muss sogar noch draußen kämpfen. Och so, kack. Was ist denn das Loch da? Ja, es ist... An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Steck deine Bummen mal wieder ein. Was hat er denn mitzutun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel... Ihr wisst, wie viel Zeit ich noch hab und ihr wisst, was ich noch machen muss. Ach, und das kann ich ja auch nicht beenden. Jetzt muss ich wieder dran denken. Ich muss wieder aufpassen, dass ich drücken muss. Ich glaub hoch und dann zur Seite oder so. Hoch, hoch, zur Seite. Hoch. Ja, ich bin jetzt wieder hoch. Höchst konzentriert muss ich sagen. Hoch. Und irgendeine Seite muss ich immer drücken. Das hat geklappt. Puh. Nette Aussicht. So, dann wir gleich mal die Kugel hier. Das hat das für das letzte Mal ja richtig... Oh, shit. Einfach nur geradeaus... Gut. Ja, sie war hübsch, aber im Weg. So. Das kann ich auch nicht beenden. Das hatten wir ja eben schon. Jetzt muss ich da hoch erstmal die zweite Kugel holen. Wah!